Hey, das ist ja gut, dann rufst du dich auch zum Geburtstag an und so, dann mach ich mir da keinen Stress mehr. Sind zu Besuch? Ja, spontane Entscheidung. Ich mach noch nie in Rumänien. Ein Geschenk. Das ist eine richtig gute Käsereibe. Sag mal, ähm... Wie lange willst du eigentlich bleiben? I'm Tony. 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 Erdmann. I'm Consultant and Coach. Wow. Also ich hab zum Beispiel von meinem Vater gelernt, wie man eine Käsereibe benutzt. Ist das eine spezielle Käsereibe? I'm Ambassador Erdmann. And this is my secretary, Miss Schnuck. Hello. Willst du mich fertig machen, oder was? Papa, ich rede mit dir. Wenn's um ihren Vater geht, dann bin ich nicht der Richtige. Hast du in deinem Leben noch irgendwas vor, außer anderen Leuten ein Furzkissen runterzuschieben? Was? Ich hab gar kein Furzkissen. I have to arrest you. So, und jetzt mach's bitte auf. No? Oh, mit dem Schlüssel. I'm sorry about that. My father made a stupid joke. We have to solve this problem. No? B várias. B�H